Okay, legen wir los, Leute. Die Party kann beginnen. Lauf 1. Ihr findet die Daten in eurer App. Ladies und Gentlemen, bitte anschnallen. Habe gar nicht gedacht, dass wir so schnell voranschreiten. Da wird uns noch so viele Teile wählen. Oh Gott, Leute, wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was das so auf uns wartet. Vielleicht hat Travis ja schon wieder scheiße gebaut. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Travis hat ja gesagt, wir sollen mal in der Garage vorbeischauen. Hat er eine kleine Überraschung für uns. Mal gucken, was da so auf uns wartet. Wer oder was. Ich hoffe, es hat vier Räder. Oh nice. Nein, nein, nein. Travis, du hast Nakai-sans Wagen geklaut? Du wolltest doch eine perfekte, makellose Karosserie. Hier ist sie. Das ist sein Wagen. Hey, hey, ich bin kein Dieb. Nach deinen Fotos hat Nakai mich angerufen. Er ist neugierig und ich werde ihn überzeugen zu kommen. Aber vorher drehst du eine Runde mit seinem Meisterwerk. Erst studiert man das Bild, dann trifft man den Maler. Ja, ganz richtig gehört. Du nimmst Nakais Karo und findest heraus, was so toll daran ist. Ich wusste nicht, dass du ihn kennst, Travis. Nakai, Obama, den Dalai Lama. Ihr wart gut, Jungs. Aber das ist die nächste Stufe. Nur wer das Meisterwerk kennt, ist kein Lehrling mehr. Na los, fahr in und lern. Ich zuerst, Mann. Wir sehen uns draußen, okay? Sieg zu, dass du schneller bist. Ja, alles klar, okay. Ja, äh, Nakai-san wird bestimmt kommen, weil er seine Karriere zurückhaben will. Ja, gut. Darf ich denn jetzt schon? Habe ich da schon in der Garage stehen? Nein, hier ist nur der Toyota. Da kann ich den jetzt schon kaufen? Also gratis kaufen? Ne, darf ich noch nicht. Okay, Amy will erst zuerst fahren. Okay. Ja, Amy, bitte. Hey, ich brauche dich. Ich will sehen, was Nakai-san's Auto kann. Trau dich und komm vorbei. Trau dich, ich werde dich versemmeln. Was kann denn seine Karriere? Okay, ich glaube, der Porsche hat 800 PS. Das ist das Problem. Aber wir auch nahezu. Also von dem her, kriegen wir das doch bestimmt hin, oder? So. Top-Doc-Travis. Ernsthaft? War das gerade der Hashtag Top-Doc-Travis? Geile ID. Wollte ich zugeben. Ach, schön. Geile Überraschung. Warum darf ich den Porsche nicht fahren? Mann! So. Wo müssen wir denn hin? Wo wartet denn die Amy auf uns? Ach, hier drüben schon. Siehst du mal. Ach, Amy. Müssen wir dich jetzt schlagen, oder? Das ist ein bisschen unfair mit dem übelsten Grip-Porsche, was du da gerade am Start hast. Ich weiß gar nicht, wie auf Wasser getunt ist, aber ich denke mal, wenn man so auf Bright Pocket getunt hat, dann wird es wohl höchstwahrscheinlich auf den Gerät klipfen. Wir waren Drag Race. Drag Race sind geil. Oh, scheiße. Ben da. Hab ich gerade gelesen, dass es schwer ist hier. Legenda auf Rädern. Fahrräder Sprintrennen mit Amy. Hier steht nichts von Gewinnen, aber wir werden jetzt nicht versendet. Ja, ja, Amy. Ja, 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 ja. Wir werden schon sehen, wenn er gerade Kreise um jemanden fährt. Ich werde deinen komischen Breitbau-Porscher da in den Boden sammeln. Ich werde nachher Kreis um deinen Wrack ziehen. Oh, das Breitpocket von RWB ziemlich geil ist. Oder sag RWB. RWB. Wenn ich RWB sage, schlagen mich wieder Leute dafür. Amy, ich will dich nicht rammen. Also, mach's mir nicht zu... Wuhuuu. Alter, der Porsche geht ja ab. Alter. Amy, warte. Alter, was hat der für eine Beschleunigung? Alter. Alter, der Porsche geht ja ab. Ich seh den kaum noch. Alter. Ich seh den nicht mehr. Da vorne ist sie. Am Horizont. Alter, wie geht denn der Porsche ab, bitte? Alter, ich fahr hier Topspeed. Shit. Wow. Alter, das war dumm. Aber ich glaube, das können wir gar nicht gewinnen. Damit der Porsche davon abgeht. Das ist so krass. Ja. Geiler Zivilist. Ist okay. Hm. Alter. Jetzt versämmele ich alles, oder wie? Komm schon. Ja, jetzt wird ja noch ein Zivilist. Die Zivilisten sind aber wirklich ein bisschen assi. Das hasse ich so ein bisschen an dem Spiel. Die Zivilisten. Die könnten da auch mal versuchen auszuweichen. Ich meine, wollen die sterben? Das kann die Karte fahren. Wäre gemein, wenn wir das Rennen hier gewinnen müssten. So, Amy. Ich will den Porsche auch fahren. Kannst du mal bitte aussteigen? Sonst boxe ich dich raus. Ich will den RBB Porsche jetzt fahren. Schön. Eine lange Kurve. Das ist schön. Jetzt kommen wir mal rüber. Voll okay. Okay, man hat auch eine schöne Leitplanke mitgenommen. Die gut und ganz nicht massiv war. So, Ziel. So, Amy. Äh, Wagentausch würde ich sagen, oder Amy? Du bist voll abgegangen, Mann. Poste mal ein Witt von deiner Drehzahl. Joa. Kommt auf meinem Kanal. Ja, wir springen das, grum. So, Amy. Ich will fahren. Amy, rufst du mich noch an, oder? Ja. Yo, Ames hier. Okay, du bist an der Reihe. Geh gut mit Nakai-Sans Auto um, hörst du? Bis später. Und wo? Ach, hier. Was? Ähm. Fahr in Nakai-Sans Wagen. Ach so. Also, wir müssen zurück zur Garage. Und dann holen wir noch, ne? Boah, ist jetzt ziemlich weit weg. Das Böse ist nur, dass es umtonstiert hier in die Garage. Okay. Geil! Du siehst, dass ich hier umdrehe und fährst trotzdem mit Vollspeed weiter? Was bist du für ein Dax-Fahrer? Die Physik von dem Spiel ist mal voll so grottig. Ich meine, dafür wurde es auch nicht berechnet. Das ist kein Simulator, das ist ein Arcade-Racer. Mal angemacht, war das gerade ein geiler Dürf. So, rein hier. Ich will Nakai-Sans Wagen. Ich will den RWB-Porsche jetzt auspacken. Sorry, RWB. Es gibt wirklich Leute, die schlagen dich dafür, wenn du der RWB sagst. Und nicht RWB. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen traurig. Frontantrieb? Fragezeichen? Dann brauchst du Donuts gar nicht erst probieren. Geht einfach nicht. Ne, nicht wirklich, ne? So, wollen wir mal kurz den schönen Nakai-S-Porsche 911-Carriera-SR 2.8 von 1973 holen. Der hat uns nichts gekostet. Kann man den tunen? Also wir werden ihn auf jeden Fall nicht lange behalten. Wenn wir das Rennen hier noch fahren, vielleicht noch ein, zwei andere Rennen, wenn überhaupt. Und dann... Riecht er für was? Nein, schade. Ich dachte schon. Also die haben wir 10 Mal gekauft und dann wieder verkauft. Schade eigentlich. So, kann ich da irgendwas optisch-technisch? Ich kann gar nichts machen. Gar nichts. Ich hab zwar Teile hier, und zwar jede Menge. Ich hab nicht so fucking viele Teile. Das sind die Teile, die ich eingesammelt habe, oder wie? Ich kann wirklich nichts damit tun, aber wir gucken ihn erstmal mal an. Er ist schon sexy, ne? Ein tiefgelegtes Todes. Alter, was hat der für eine Auspuffanlage? Das ist ja krass. Alter, wie tief ist denn das Teil? Alter! Wenn ich da irgendwo einen größeren Kittelstein hinlege, ist die Schürze hier down. Und wenn ich einen Teppich auslege auf der Straße, der kommt ja nicht drüber. Alter, wie tief liegt die Karre? Da brauchst du ja nicht mal ein... Nee, der setzt doch sofort überall auf. Das ist ein bisschen zu tief, oder? Meist er nicht? Der liegt doch wirklich auf. Ernsthaft? Krasses Teil. Aber wir werden erstmal rausfallen und gucken, was wir da so machen. Okay, die Karre ist krass. Da geh ich zu. Die Karre ist Porno. Maximiere in jeder Kurve deinen Drift, während du um die Position kämpfst. Ja, ja, stimmt. Mit dem Token muss man das machen. Ah, RWB ist schon so ein schönes Kitt. Der Spoiler ist auch übertrieben, ne? Ja, nee, der geht noch. So, kommen wir runter zu... Ames. Ja, Route. Ich teleportier mich nicht. Wie schnell dieses Spiel eigentlich rum wäre, wenn man sich nur teleportieren würde, die ganze Zeit von Rennen zu Rennen. Dann wäre man, glaube ich, in 5 Stunden Spielzeit durch. Das hört sich mal an. Der ist schon krass, der ist schon ein Kripp-Monster. Kann er quer? Nee. Er geht doch ein bisschen quer, kann er. Aber er geht nicht so krass quer wie der GTR. Nee, aber auch so gar nicht versuchen. Der ist komplett auf Kripp-Gritter und der hat kein einziges... Nee, der geht nicht mal so quer. Alter! Was ist ein Brett? Wie klippt die auf der Straße, bitte? Will die umdrehen? Oder kann ich... Das Teil. Das ist ja komplett auf Kripp-Gritter. Und was hat er für einen Reifenaufschritt? Warte, ich will das jetzt wissen. Ich kann es nicht lesen. Ach, das shit! Oh, mach so! Das ist schon was steht da oben, da kenne ich ja gar nicht. Ach so! So, Speer. Besicher Amy Benackerts-RWB. Das ist der RWB. Wusste ich doch, dass es das Breitbocket ist. Siehste mal, wie ich mich wieder auskenne. Ich wusste genau, dass es ein RWB-Breitbocket ist. Oh, nee, sorry. RWB. So, Amy. Du brauchst jetzt gar nicht versuchen abzuhauen. Ich fahre jetzt den Porsche deines Meisters. Oh, shit. Okay, ein bisschen höher geht das auch. Aber der kommt deutlich schneller wieder gerade, wie der GTR. So, hier haben wir eine Autobahn. Wie soll ich eigentlich davon beschleunigen können? Amy, wieso bist du so schnell? Hallo? Amy, warte doch! Hä? Also, hier kann ich es nicht aufs Auto schieben. Ich kann das Auto nicht tun. Das geht nicht schneller. Ich kann jetzt nur Topspeed fahren. Ich hoffe, dass ich Amy noch überhole. Ja, fahr auf die Insel in der Mitte. Danke. Das ist eine gute Idee, Rayon. So, Amy. Eigentlich musst du dir jetzt platt machen damit, oder? Die Karre will irgendwie nicht. Ich muss mich irgendwie krasser versammeln, Amy. Ich weiß nicht, warum das liegt. Lass du mich rein! Alter, dieser blöde Lieferwagen! Das war so assig, was ich bin. Wie soll ich die besiegen? Ich fahre Topspeed. Ich mache keine großen Fehler. Porsche-Rumzimmer. Porsche-Quer. Das ist eigentlich schon eine Vergewaltigung, ne? Porsche darfst du eigentlich nicht querfahren. Ich werde nie einen Drift Porsche tunen. Das ist, ne, das geht gar nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht tunen werde. Boah, die Karre ist so, ne! Ne, das finde ich halt ein bisschen assig, das Rennen. Wie soll ich Amy denn so ab? Die hat keine 2000... Die hat doch nicht mal... Die müsste 10 mal langsamer sein wie... Alter, im letzten Rennen habe ich die mit dem GT-R versemmelt. Und ich war 6er am Anfang. Und die ist mir mit dem GT-R, mit der Karre, die ich gerade fahre, so davon gefahren. Und jetzt ist ihre Karre bei immer 10 mal schneller wie meine... wie mein RWB hier. Ich glaube, das war RWB, das ist mir scheißegal. Scheiß auf eurem RWB. Ich mach keine großen Fehler. Die kleinen Haarkleiter, die ich gerade habe, das ist doch scheißegal. Mann. Amy! Jetzt noch mal einen kleinen Unfallbau und kurz überwürdig sterbend im Straßengraben liegen. Mann, das ist so böse, was ich gerade labere. Ne, Ernsthaft. Oh, geil. Aber davon ist die gute Amy. Da kriegen wir sie ja doch noch. Zivilisten, das ist mein größter Fein. Zivilisten, warum singe ich? Davon ist das Ziel, davon ist das Ziel. Amy! Das ist nicht dein fucking Ding. Wie hätte ich das schaffen sollen, verdammte Scheiße? Ich bin durchgefahren. Das eine, der eine Fehler mit dem, mit dem Zivilisten, mit dem Lieferwagen. Das war der einzige Fehler. In Ernsthaft, wie hätte ich das schaffen sollen? Ich bin durchgefahren. Ich meine, ich konnte das auch durch Tune, ich kann nicht schneller. Okay, dann fahren wir direkt nochmal. Alter. Das ist, glaube ich, das erste Rennen, das wir zweimal fahren. Oh, nee, der eine Drift-Train mit Robin haben wir, glaube ich, auch zweimal gefahren. Oh, nee, das ist gerade assi. Okay, der hätte auch hinfahren können. Egal, Teleport. Komm, mach hinne hier. Das ist assi. Das Rennen ist assi. Auch wenn man nur gerade ausfährt, das ist assi. Mann. Regt mich gerade ein bisschen auf. Ich glaube, man merkt das. So, Speer. Besiege Amy mit Darkhaisans RBB. Das ist irgendwie ein Skills-Filter-Versuch. Drei Millionen. Amy, halt die Fresse. Leute, das ist aber, wenn ich am Ragen bin, aber... Nein. Dieses Rennen kann man nicht gewinnen. Ich fahre hier fehlerfrei. Amy isst und bleibt schneller. Und das ist ein Paradoxon. Ich weiß, die hat zwar die Karriere studiert, die wir hier gerade fahren. Und trotzdem kann sie ihre Karriere dadurch nicht 300 Mal schneller machen wie unsere. Jetzt bleiben wir auch noch hängen in der dreckigen Bande. Willst du mich verarschen? Boah. Ich sinke gerade. Druck auf GTA-Niveau. Die schäle mich dafür. Ich werde piepen müssen nachher. Das ist einfach so ein Paradoxon. Stell dir das mal vor. In jedem Rennen haben wir die Amy mit unserem GTR einfach versenkt. Die hatte null Chance. Im letzten Rennen wurden unsere GTR fertig gemacht von dem Porsche hier, den wir gerade fahren. Von dem RWB Porsche. Und jetzt fährt die uns davon. Mit der Karre. Die keine Schorke in dem GTR hatte. Das ist... Nein. Das funktioniert in unserer Welt zwar nicht. Das ist... Nein. Nee. Alter, die zieht uns einfach davon. Die hat 3000 PS in ihrem blöden MX. Oder MXR. Oder RSX. Ich habe keine Ahnung. Ah, ist okay. Fahr voll rein. Du kriegst die Karre nicht. Wer in dem Porsche ist so klumpig. Das ist so ein Drecksgefährt. Ich meine, das ist dein Idol, Amy. Das interessiert mich der scheiß Porsche von deinem blöden Nakai-Sange-Dings. Das ist der blöde Japs. Der kann mir mal gestohlen bleiben. Das ist mal. Du brauchst drei Jahre, bis du die Karre quer kriegst. Du kannst keinen Engelbogen mitfahren. Ein Engelbogen ja, ist okay. Wenn du früh genug anfährst. Oder die zweite rumschwenken. Geht nicht. Nee. So, zieh durch. Nee. Das rennen hier raubt mir gerade alle Nerven. Das ist einfach nur assi. Einfach nur assi. Nee. Gar nicht. Nein. Ist auch das blöde. Warum hat der Aktion Niko eingebaut? Das ist ein Grip-Korsche. Der ist nicht auf Grip-Getun. Wie willst du da bitte Aktionen machen, wo du das scheiß Niko bekommst? Das ist unmöglich. Und davon ist Amy. Ich habe keinen Nidraum, da aufzuholen. Amy, mach einen Unfall. Liegt blutend im Straßenrahmen. Nee, egal. Aber wer geht, geht langsamer. Komm, ja. Amy, lass mich doch einfach vorbei. Bitte. Bleib hinten, Amy. Bitte. Oh Gott. Ich will da nicht zurück. Nee. Boah, nee. Ich springe zur Garage. Ich springe. Ich will da nicht. Nein. Ich will da nicht. Ich, ich, nein. Ich will da nicht hinfahren mit dem Porsche. Nee, weg damit. Bäh. Ich habe nichts gegen den Porsche. Aber er ist mir gerade so unempathisch geworden. Ich mag Porsche. Ich mag auch, dass der auf Grip getunt ist. Aber dieses Rennen war so unlogisch. Oh Mann. Weg mit dieser Karre. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Komm. Rein in die Garage und weg hier. Weg mit dem Porsche. Der kommt, der, der bleibt mir nicht in der Garage stehen. Ich meine, der ist ein Schrott. Verhökern wir den. Kann er zurück haben. Mann. So Leute, ich bin gespannt, wie lange die Folge dann am Ende geworden ist. So. Hat das Spiel verlassen. Na, finde ich gut. Nein, ich war ankaufen. Schleien wir dann so einen schönen Nissan GTR. Und sagen denen hier mal Au revoir. Tschö. Bah. So Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und bedanke mich auch so viel, wenn ihr dran geblieben seid. Und nicht aus voller Verachtung. Achtung mir gegenüber abgeschaltet habt. Ich rage nicht oft. Und es muss einen Grund geben, damit ich rage. Aber dieses Rennen hat mir allen Grund dazu gegeben, wirklich auszurasten. Hier sind einige Sachen durchs Zimmer geflogen gerade. Aha. Okay. Bin mal gespannt, wie lange die Folge jetzt gedauert hat. Lass auf jeden Fall ein konstruktives Kritik. Ein konstruktives Call Me und Kritik da. So. Und lass eine Bewertung da. Oh. Ich muss mir jetzt erstmal abreagieren gehen. An irgendwas. Ja. Egal. Ich will sagen, tschau. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.